Wer würde eher einen 3er vorschlagen? Was geht ab meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Leute, heute wieder mit Florian. Wir machen heute wieder Wer WDR. Falls ihr es noch nicht kennt, das hier ist jetzt der Punkt. Das heißt, ich würde es eher machen. Oder das hier ist jetzt der Fall. Das heißt, Flo will es eher machen. Nicht lange rumlabern und los geht's mit dem Video, Digga. Ja, Let's Go Flo. Lies heute die Fragen und ja, weil ich kann nicht lesen. Ja. Wer würde eher einen guten Geheimagenten abgeben? Und Begründung. Begründung. Ich bin fett. Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Hab keinen Bock so einen Job zu machen, deswegen ja. Kleine Begründung. Ich bin dünn und hab auch keinen Bock. Das heißt, ich bin die Knie. Ich bin die Knie. Ich bin die Knie. Die Knie. Wie geht's. Ich bin die Knie. Ich bin die Knie. So. Ich bin die Knie. es geht ab meine freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir ja mit neul gott und let's go liebe deutschland eigentlich ich aber wenn ich aus die müsse dann würde ich nach nordamerika gehen beziehungsweise umziehen müsste weil dort einfach die fauna und flora viel intensiver ist als in deutschland wer würde eher eine woche schweigen können so ich habe nämlich eine gute begründung bei mir geht es nämlich nicht denn ich muss ein video aufnehmen jede woche einmal ja jetzt kommt eine begründung warum ich so wir haben das jetzt geändert weil egal okay dann sag mal weiter wer würde eher eine woche nicht in den spiegel schauen mich juckt man auch so einen scheiß digger das war mein zettel und wer würde eher das beste drei gänge menü kochen das war jetzt die frage können wir überhaupt kochen vegetarische speise vegetarische speise ist auch ein kartoffelauflauf also ich kann aber nicht kochen ich kann den spiegel das kann ich digger ja wer würde eher den anderen fliegen wenn merkrank historia krank ist nene nene und zur folgenden du bist mehr krank als ich ja uuah was ist ein begründung aber scheiße auf digger Wer würde eher ohne den Anderen feiern gehen? Bester Punkt. Ich muss nicht feiern gehen, also ist mir scheißegal. Die letzte Frage? Ja, die ist vor, Digga. Wer würde eher einen Dreier vorschlagen? Wer war's? Wir wissen beide, dass ich nach dir jetzt eine Freundin, wenn überhaupt, bekomme. Wir können ja von deiner Story erzählen, wer dich letztens angeschrieben hat. Falls ihr das wissen wollt, lasst mal gerne so, wieviel ist da? Drei Millionen. Weiter geht's. So. Wer würde eher ein Tattoo stechen lassen? Warum? Ich würde es halt auch nicht machen, aber ich weiß halt, dass du es auf keinen Fall machen würdest. Das Einzige, wo ich vielleicht was machen würde, wäre, keine Ahnung, von einem Tier irgendwas. Aber... Wer würde eher eine Woche ohne Handy aushalten? Ich glaube, das sagt alles darüber aus. Der Junge hängt drei Stunden am Tag auf TikTok ab. Wer würde eher seine Haare pink wärmen? Ich will das nicht machen, denn meine Haare sind schon orange, Digga. Vielleicht auch nicht jeder. Meine Haare sind... Keine Ahnung, was ist das für eine Woche. Schreibt sie in die Kommentare! Wer würde eher auf eine Schlagerparty gehen? Digga, du weißt genau, dass ich Haartrock höre und nicht so ein Ding. Ich höre auch keinen Schlager. Wer würde eher mit Heinen tauchen? Ganz klar, Digga. Ganz klar, Junge. Und zwar, Leute, ich... Leon, den kennt ihr auch auf diesem Kanal. Und zwar wollten wir eigentlich jetzt bald mal tauchen gehen. Und mein Ziel ist es, hinterher auch mal auf den Azonen oder so mit Heinen zu tauchen, ja. Wer würde eher ein Kind das Eis klauen? Nach der Empfehlung. Ey, jetzt kommt der Flummi wieder. Flashback. Nio, nimmerleger. Wer würde eher einen ganzen Tag im Bett verbringen? Na gut, wenn man um Füge ins Bett geht, abends... Also morgens eher. Wer würde eher im Winter ohne Unterwäsche rausgehen? Ey, was? Wer würde eher zwei Wochen lang dieselben Klamotten tragen? Ey, Digga. Das wird so langsam... Wer würde eher in eine Badewanne voll mit Schleinen gesprühen? So, Leute, und jetzt kommt Flashback an Flores Alte... Nein. Er hat mein Schleim hergestellt aus seinen TikTok-Account, aus seinen anderen TikTok-Account. Ach, Scheiße. Ist aber nicht mal online, ne? Ja, so ein Schmutz. Wer würde eher in der Fußgängerpassage laut singen? Gib mir 10 Euro, ich mach's, Digga. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wer würde eher eine Schlange als Haustier halten? Na gut, also da wo Schnecki drin ist, ich könnte da... Ich könnte da eine Schlange reintun. Ich hab da aber eine Achatschnecke drin. Spitzende 2. Wer würde eher einen Freund vor vielen Leuten blamieren? Ich bin ein guter Freund. Ich glaub, wir beide blamieren uns gegenseitig dann. Gut, Leute, wir machen noch 3 Fragen und dann reicht's auch für dieses Video. Lass mal gerne 5 Likes da. Dann kommt Part... 4? 3. Das ist Part 3. Ja? Okay. Natürlich für uns. Wer würde eher einen... Wer würde eher einen Geburtstag vergessen? Das Ding ist, ich bin aber auch nicht so gut in Geburtstagen. Wer würde eher auf Schokolade verzichten? Digga, was ich... Wer würde eher bei einer Schnulze weinen? Bei wat? Bei einer Schnulze. Was ist ne Schnulze? Ja, Leute, das war's vom Video. Gern abeuer lassen. Überall den Bein da können wir ja auch freuen. Check gern Flos TikTok-Kontaus. Auf Instagram eher nicht oder ich ja nicht so... ...vertreten. Ja, Leute, das war's von mir. 5 Likes da lassen. Kommt Part 4. Das war das Video wieder mit Flo. Tschüss. Ciao. ARD Text im Auftrag von Funk